Guten Morgen, guten Morgen. Was habt ihr euch denn so hübsch gemacht, Dibi? Wir haben heute ein Reiturnier. Ein Reiturnier? Was denn? Äh, Schritttrap. Wolltest du wieder Füttügel sein? Ja. Heute haben wir das erste Mal Schritttrap, ohne dass die Mami euch festhält, ne? Und nebenher läuft und sagt um sitzen und Tügel nachfassen. Aber wo ist mein Dopp? Das müsst ihr heute alleine machen. Jetzt müssen wir den Doppi erstmal weiß schrubben. Der ist natürlich gut dreckig. Wir haben extra gestern so Handschuhe gekauft. Aber erstmal müssen wir den bürsten und dann machen wir die Stellen ein bisschen nass und Shampoo drauf. Guck mal, der verliert auch sein ganzes Füterstellen. Ich muss auch die Putzkiste. Ja, holen wir die Putzkiste erstmal. Das ist eine Massage. Dann kriegt er schon die Mähne eingeflochten. Ja, schon sauber. Ne, Doppi? Vielleicht kommt die. Ach, ich schwitze. So, den haben wir jetzt geschrubbt. Jetzt ist er nass und steht unter dem Solarium, dass er trocknet. Alles dreckig hat sie. Hm, alles dreckig. Doppi, du bist ganz dreckig. Ja. So, die kriegt er gleich erst drauf, wenn das Solarium ausgegangen ist. Dallina? Dillia, ich hoffe, du wengst. Warte, ich nehme ihn dir ab. Oh, jetzt sind die Zöpfe aufgeflogen. Hast du das gesehen? So, einmal trocknen in der Sonne. Guck mal, der ist immer noch ganz gelb. Scheiße. Der kleine Mopsi. Da sieht man gar nicht den Kleinen dahinten. Ja, doch, das geht. Ja, hol schnell mal was. So, ich hoffe, wir haben alles eingepackt. Trennen, Sattel, Helm, Schuhe, Putzkiste. Dann geht es mal los. So, Stiefelchen an. Soll ich die? Der Tisch? Nee, da liegt doch deine mit Glitzer. Ja, aber die ist zu lange. So, Dillia, heute in Lila. Hier, Dallina. Dallina und Lila. Dann halt du ihn kurz. Nicht grasen lassen. Nee. Die zieht sich noch an. Nee, da gab's. Doch, sie guckt da unten durch. Der denkt, ey, holt mich immer raus. Ich hol den, der da gleich runter. Moment. Nee, ich hol den. Nein, ich meine den Helm. Geh mal an die Seite mit Dream. Oh, der ist so hübsch in Lila. Bleib da stehen. Und jetzt kommt der Dopsli. Bibi nicht grasen lassen. Bibi nicht grasen lassen. Wir haben Gebets drin. Wow, seid ihr schick. Das ist so. Dann, lasst mal. Mach mal einen Anblick. Ja, okay. Ich will mich jetzt auf alle verweiten. Mal aufsteigen. Natürlich. Wenn man einen Ellenberg hat. Meine Ellen von Berg. Was? Was? Ich bin da drin. Ich bin da drin. Ich bin da drin. Hey, ich bin da drin. Ja. Ja. Ich bin da drin. Ja, obwohl sie sind da drin. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ja, genau, genau. Deswegen heißt er auch Dopsi. Wegen Dopsi. Für mal kleinere Schüttel. Ja, ja, noch kleinere Schüttel. Das ist ein Spieler, wenn du das spürst. Woo! Das ist trotzdem Dritter. Dritter? Yes. Vielen Dank, guys. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.